Was ist das beliebteste Auto in Deutschland? Der VW Golf ist eines der beliebtesten Autos in Deutschland. Wie viel kostet ein neues Fahrrad? Ein neues Fahrrad kann zwischen 300 und 1000 Euro kosten, je nach Modell. Wie oft muss man ein Auto tanken? Wie oft muss man ein Auto tanken? Das hängt von der Fahrstreike ab, aber normalerweise alle paar Tage oder Wochen. Darf man ohne Helm Motorrad fahren? Darf man ohne Helm Motorrad fahren? Nein, in den meisten Ländern ist es Pflicht, einen Helm zu tragen. Was ist das günstigste Verkehrsmittel für längere Strecken? Was ist das günstigste Verkehrsmittel für längere Strecken? Der Fernbus ist oft das günstigste Verkehrsmittel für längere Strecken. Wie oft sollte man sein Auto zur Wartung bringen? Wie oft sollte man sein Auto zur Wartung bringen? Man sollte das Auto etwa einmal im Jahr oder alle 15.000 km zur Wartung bringen. Sie bekommen eine Strafe für das Fahren ohne Gurt. Sie bekommen eine Strafe für das Fahren ohne Gurt. Wie hoch ist die Strafe für Fahren ohne Gurt? Wie hoch ist die Strafe für Fahren ohne Gurt? Die Strafe für Fahren ohne Gurt beträgt 30 Euro. Wie viele Personen passen in ein normales Auto? 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 In ein normales Auto passen in der Regel fünf Personen. Wie viele Personen passen in ein normales Auto? Entschuldigung, ich habe eine Frage. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Wie viel kostet eine Monatskarte für die Bahn? Wie viel kostet eine Monatskarte für die Bahn? Eine Monatskarte für die Bahn kostet je nach Region zwischen 50 und 150 Euro. Eine Monatskarte für die Bahn kostet je nach Region zwischen 50 und 150 Euro. Muss ich für ein E-Bike einen Führerschein haben? Muss ich für ein E-Bike einen Führerschein haben? Für ein normales E-Bike brauchst du keinen Führerschein, aber für schnellere Modelle schon. Welches Verkehrsmittel nutzt du am häufigsten? Ich benutze am häufigsten den Bus, um zur Arbeit zu fahren. Ich benutze am häufigsten den Bus, um zur Arbeit zu fahren. Hier wird bald ein Haus hingebaut. Hier wird bald ein Haus hingebaut. Wir haben mit dem Hausbau angefangen. Wir haben mit dem Hausbau angefangen. Wir müssen nur noch das Haus von innen fertig bauen. Wir müssen nur noch das Haus von innen fertig bauen. Wir sind fertig mit dem Haus. Wir sind fertig mit dem Haus. Hier findet bald ein Bootsturnier statt, deswegen trainiere ich heute dafür. Wir spazieren gerne durch Wälder und beobachten die Landschaft. Wir spazieren gerne durch Wälder und beobachten die Landschaft. Die Kinder haben einen Wasserfall entdeckt. Die Kinder haben einen Wasserfall entdeckt. Ich mache ein Foto von den schneebedeckten Bergen. Ich mache ein Foto von den schneebedeckten Bergen. Er spielt das Klavier so gut, dass alle Leute fasziniert sind. Ein Unfall verursachte einen langen Stau auf der Hauptstraße. Ein Unfall verursachte einen langen Stau auf der Hauptstraße. Die Schulkinder warten geduldig auf den Schulbus. Die Schulkinder warten geduldig auf den Schulbus. Mama liest uns eine Gute-Nacht-Geschichte vor. Mama liest uns eine Gute-Nacht-Geschichte vor. Das ist ein Trainer. Das ist ein Trainer. Das sind Bauarbeiter. Das sind Bauarbeiter. Das sind Architekten. Das sind Architekten. Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit. Die Kinder gehen jeden Morgen zur Schule. Wir trinken Tee zusammen. Wir trinken Tee zusammen. Ich bezahle mit Bargeld an der Kasse. Ich bezahle mit Bargeld an der Kasse. Ich schwimme gerne im Schwimmbad, wenn es warm ist. Ich backe gerne Kuchen für Geburtstagsfeiern. Ich backe gerne Kuchen für Geburtstagsfeiern. Ich stelle einen Antrag. Ich stelle einen Antrag. Ich zeige meinem Kind das Buch. Ich rufe meinen Vater an. 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 Sie trägt einen grünen Hut. Das Flugzeug hebt ab. Ich zeige der Kundin das Kleid. Ich zeige der Kundin das Kleid. Immer wegzulaufen, wenn es kompliziert wird, mach dich zu einem Feigling. Wir machen Fotos von der Natur. Ein Ticket nach Japan ist sehr teuer. Ein Ticket nach Japan ist sehr teuer. Wir fahren als Gruppe ins Museum. Wir fahren als Gruppe ins Museum. Was ist dein Lieblingsfach in der Schule? Mein Lieblingsfach ist Mathematik. Mein Lieblingsfach ist Mathematik. Ich rette gerade jemanden, der einen Unfall gemacht hat. Ich habe alle Apps, die ich brauche, heruntergeladen. Ich habe alle Apps, die ich brauche, heruntergeladen. Das brauche ich fürs Campen. Das brauche ich fürs Campen. Die Limonade schmeckt wirklich gut. Die Limonade schmeckt wirklich gut. Die Schatzkarte zeigt, wo sich der Schatz befindet. Wir kämpfen darum, wer der Stärkere ist. Das Wetter ist sehr stürmisch. Das Wetter ist sehr stürmisch. Das Wetter hat sich über die Nacht beruhigt. Das Wetter hat sich über die Nacht beruhigt. Ich esse gerne Chinesisch. Ich esse gerne Chinesisch. Ich bin gerade durchgegangen. Ich bin gerade durchgegangen. Ich bin in einem Supermarkt, um einzukaufen. Ich bin in einem Supermarkt, um einzukaufen. Ist der Eintritt zu diesem Park frei? Ist der Eintritt zu diesem Park frei? Ich bin fertig mit duschen. Ich bin fertig mit duschen. Ich gehe mich jetzt anziehen. Ich gehe mich jetzt anziehen. Wir wiederholen noch einmal. Nicht vergessen, uns zu abonnieren und zu liken. Was ist das beliebteste Auto in Deutschland? Was ist das beliebteste Auto in Deutschland? Der VW Golf ist eines der beliebtesten Autos in Deutschland. Der VW Golf ist eines der beliebtesten Autos in Deutschland. Wie viel kostet ein neues Fahrrad? Ein neues Fahrrad kann zwischen 300 und 1000 Euro kosten, je nach Modell. Wie oft muss man ein Auto tanken? Wie oft muss man ein Auto tanken? Das hängt von der Fahrstreike ab. Das hängt von der Fahrstreike ab. Aber normalerweise alle paar Tage oder Wochen. darf man ohne Helm Motorrad fahren? Darf man ohne Helm Motorrad fahren? Nein, in den meisten Ländern ist es Pflicht, einen Helm zu tragen. Was ist das günstigste Verkehrsmittel für längere Strecken? Was ist das günstigste Verkehrsmittel für längere Strecken? Der Fernbus ist oft das günstigste Verkehrsmittel für längere Strecken. Wie oft sollte man sein Auto zur Wartung bringen? Wie oft sollte man sein Auto zur Wartung bringen? Man sollte das Auto etwa einmal im Jahr oder alle 15.000 km zur Wartung bringen. Sie bekommen eine Strafe für das Fahren ohne Gurt. Sie bekommen eine Strafe für das Fahren ohne Gurt. Wie hoch ist die Strafe für Fahren ohne Gurt? Die Strafe für Fahren ohne Gurt beträgt 30 Euro. Die Strafe für Fahren ohne Gurt beträgt 30 Euro. Wie viele Personen passen in ein normales Auto? Wie viele Personen passen in ein normales Auto? In ein normales Auto passen in der Regel fünf Personen. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Wie viel kostet eine Monatskarte für die Bahn? Wie viel kostet eine Monatskarte für die Bahn? Eine Monatskarte für die Bahn kostet je nach Region zwischen 50 und 150 Euro. Eine Monatskarte für die Bahn kostet je nach Region zwischen 50 und 150 Euro. Muss ich für ein E-Bike einen Führerschein haben? Für ein normales E-Bike brauchst du keinen Führerschein. Für ein normales E-Bike brauchst du keinen Führerschein. Für ein normales E-Bike brauchst du keinen Führerschein. Welches Verkehrsmittel nutzt du am häufigsten? Ich benutze am häufigsten den Bus, um zur Arbeit zu fahren. Hier wird bald ein Haus hingebaut. Hier wird bald ein Haus hingebaut. Wir haben mit dem Hausbau angefangen. Wir haben mit dem Hausbau angefangen. Wir müssen nur noch das Haus von innen fertig bauen. Wir müssen nur noch das Haus von innen fertig bauen. Wir sind fertig mit dem Haus. Wir sind fertig mit dem Haus. Hier findet bald ein Bootsturnier statt. Deswegen trainiere ich heute dafür. Wir spazieren gerne durch Wälder und beobachten die Landschaft. Wir spazieren gerne durch Wälder und beobachten die Landschaft. Die Kinder haben einen Wasserfall entdeckt. Ich mache ein Foto von den schneebedeckten Bergen. Ich mache ein Foto von den schneebedeckten Bergen. Er spielt das Klavier so gut, dass alle Leute fasziniert sind. Ein Unfall verursachte einen langen Stau auf der Hauptstraße. Ein Unfall verursachte einen langen Stau auf der Hauptstraße. Die Schulkinder warten geduldig auf den Schulbus. Die Schulkinder warten geduldig auf den Schulbus. Mama liest uns eine Gute-Nacht-Geschichte vor. Mama liest uns eine Gute-Nacht-Geschichte vor. Mama liest uns eine Gute-Nacht-Geschichte vor. Das ist ein Trainer. Das ist ein Trainer. Das ist ein Trainer. Das sind Bauarbeiter. Das sind Architekten. Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit. Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit. Die Kinder gehen jeden Morgen zur Schule. Wir trinken Tee zusammen. Wir trinken Tee zusammen. Ich bezahle mit Bargeld an der Kasse. Ich schwimme gerne im Schwimmbad, wenn es warm ist. Ich backe gerne Kuchen für Geburtstagsfeiern. Ich backe gerne Kuchen für Geburtstagsfeiern. Ich stelle einen Antrag. Ich stelle einen Antrag. Ich zeige meinem Kind das Buch. Ich rufe meinen Vater an. Ich rufe meinen Vater an. Ich rufe meinen Vater an. j millennials, wenn es warm ist. Ich brauche diesen Zuggeräuern. Ich rufe meinen Vater an. Ich rufe meinen Vater an. Ich rufe meinem Vater an. Ich rufe meinen Vater an. Ich rufe meinen Vater an. Weil sie ihn ausrauben wollen. Sie trägt einen grünen Hut. Das Flugzeug hebt ab. Ich zeige der Kundin das Kleid. Ich zeige der Kundin das Kleid. Immer wegzulaufen, wenn es kompliziert wird, mach dich zu einem Feigling. Wir machen Fotos von der Natur. Ein Ticket nach Japan ist sehr teuer. Ein Ticket nach Japan ist sehr teuer. Wir fahren als Gruppe ins Museum. Was ist dein Lieblingsfach in der Schule? Mein Lieblingsfach ist Mathematik. Mein Lieblingsfach ist Mathematik. Ich rette gerade jemanden, der einen Unfall gemacht hat. Ich habe alle Apps, die ich brauche, heruntergeladen. Ich habe alle Apps, die ich brauche, heruntergeladen. Das brauche ich fürs Campen. Das brauche ich fürs Campen. Die Limonade schmeckt wirklich gut. Die Limonade schmeckt wirklich gut. Die Schatzkarte zeigt, wo sich der Schatz befindet. Wir kämpfen darum, wer der Stärkere ist. Wir kämpfen darum, wer der Stärkere ist. Das Wetter ist sehr stürmisch. Das Wetter ist sehr stürmisch. Das Wetter hat sich über die Nacht beruhigt. Das Wetter hat sich über die Nacht beruhigt. Ich esse gerne Chinesisch. Ich bin gerade durchgegangen. Ich bin gerade durchgegangen. Ich bin in einem Supermarkt, um einzukaufen. Ich bin in einem Supermarkt, um einzukaufen. Ich bin in einem Supermarkt, um zu danken. Ist der Eintritt zu diesem Park frei? Ist der Eintritt zu diesem Park frei? Ich bin fertig mit Duschen. Ich bin fertig mit Duschen. Ich gehe mich jetzt anziehen. Viel Erfolg beim Lernen! Was ist das beliebteste Auto in Deutschland? Der VW Golf ist eines der beliebtesten Autos in Deutschland. Wie viel kostet ein neues Fahrrad? Ein neues Fahrrad kann zwischen 300 und 1000 Euro kosten, je nach Modell. Wie oft muss man ein Auto tanken? Wie oft muss man ein Auto tanken? Das hängt von der Fahrstreike ab, aber normalerweise alle paar Tage oder Wochen. Darf man ohne Helm Motorrad fahren? Darf man ohne Helm Motorrad fahren? Nein, in den meisten Ländern ist es Pflicht, einen Helm zu tragen. Was ist das günstigste Verkehrsmittel für längere Strecken? Was ist das günstigste Verkehrsmittel für längere Strecken? Der Fernbus ist oft das günstigste Verkehrsmittel für längere Strecken. Der Fernbus ist oft das günstigste Verkehrsmittel für längere Strecken. Wie oft sollte man sein Auto zur Wartung bringen? Wie oft sollte man sein Auto zur Wartung bringen? Man sollte das Auto etwa einmal im Jahr oder alle 15.000 Kilometer zur Wartung bringen. Sie bekommen eine Strafe für das Fahren ohne Gurt. Sie bekommen eine Strafe für das Fahren ohne Gurt. Wie hoch ist die Strafe für Fahren ohne Gurt? Die Strafe für Fahren ohne Gurt beträgt 30 Euro. Die Strafe für Fahren ohne Gurt beträgt 30 Euro. Wie viele Personen passen in ein normales Auto? Wie viele Personen passen in ein normales Auto? In ein normales Auto passen in der Regel fünf Personen. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Wie viel kostet eine Monatskarte für die Bahn? Wie viel kostet eine Monatskarte für die Bahn? Eine Monatskarte für die Bahn kostet je nach Region zwischen 50 und 150 Euro. Eine Monatskarte für die Bahn kostet je nach Region zwischen 50 und 150 Euro. Muss ich für ein E-Bike einen Führerschein haben? Muss ich für ein E-Bike einen Führerschein haben? Für ein normales E-Bike brauchst du keinen Führerschein, aber für schnellere Modelle schon. Welches Verkehrsmittel nutzt du am häufigsten? Ich benutze am häufigsten den Bus, um zur Arbeit zu fahren. Ich benutze am häufigsten den Bus, um zur Arbeit zu fahren. Hier wird bald ein Haus hingebaut. Hier wird bald ein Haus hingebaut. Wir haben mit dem Hausbau angefangen. Wir haben mit dem Hausbau angefangen. Wir müssen nur noch das Haus von innen fertig bauen. Wir müssen nur noch das Haus von innen fertig bauen. Wir sind fertig mit dem Haus. Wir sind fertig mit dem Haus. Hier findet bald ein Bootsturnier statt, deswegen trainiere ich heute dafür. Wir spazieren gerne durch Wälder und beobachten die Landschaft. Wir spazieren gerne durch Wälder und beobachten die Landschaft. Die Kinder haben einen Wasserfall entdeckt. Die Kinder haben einen Wasserfall entdeckt. Ich mache ein Foto von den schneebedeckten Bergen. Ich mache ein Foto von den schneebedeckten Bergen. Er spielt das Klavier so gut, dass alle Leute fasziniert sind. Er spielt das Klavier so gut, dass alle Leute fasziniert sind. Ein Unfall verursachte einen langen Stau auf der Hauptstraße. Ein Unfall verursachte einen langen Stau auf der Hauptstraße. Die Schulkinder warten geduldig auf den Schulbus. Die Schulkinder warten geduldig auf den Schulbus. Mama liest uns eine Gute-Nacht-Geschichte vor. Das ist ein Trainer. Das ist ein Trainer. Das sind Bauarbeiter. Das sind Architekten. Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit. Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit. Die Kinder gehen jeden Morgen zur Schule. Die Kinder gehen jeden Morgen zur Schule. Wir trinken Tee zusammen. Wir trinken Tee zusammen. Ich bezahle mit Bargeld an der Kasse. Ich schwimme gerne im Schwimmbad, wenn es warm ist. Ich schwimme gerne im Schwimmbad, wenn es warm ist. Ich backe gerne Kuchen für Geburtstagsfeiern. Ich backe gerne Kuchen für Geburtstagsfeiern. Ich stelle einen Antrag. Ich stelle einen Antrag. Ich zeige meinem Kind das Buch. Ich rufe meinen Vater an. Ich rufe meinen Vater an. Ich rufe meinen Vater an. Ich rufe den Zug. Ich rufe den Zug, weil sie ihn ausrauben wollen. Sie trägt einen grünen Hut. Sie trägt einen grünen Hut. Das Flugzeug hebt ab. Ich zeige der Kundin das Kleid. Ich zeige der Kundin das Kleid. Immer wegzulaufen, wenn es kompliziert wird, mach dich zu einem Feigling. Wir machen Fotos von der Natur. Ein Ticket nach Japan ist sehr teuer. Ein Ticket nach Japan ist sehr teuer. Wir fahren als Gruppe ins Museum. Was ist dein Lieblingsfach in der Schule? Mein Lieblingsfach ist Mathematik. Mein Lieblingsfach ist Mathematik. Ich rette gerade jemanden, der einen Unfall gemacht hat. Ich habe alle Apps, die ich brauche, heruntergeladen. Das brauche ich fürs Campen. Das brauche ich fürs Campen. Die Limonade schmeckt wirklich gut. Die Limonade schmeckt wirklich gut. Die Schatzkarte zeigt, wo sich der Schatz befindet. Wir kämpfen darum, wer der Stärkere ist. Wir kämpfen darum, wer der Stärkere ist. Das Wetter ist sehr stürmisch. Das Wetter ist sehr stürmisch. Das Wetter hat sich über die Nacht beruhigt. Das Wetter hat sich über die Nacht beruhigt. Ich esse gerne Chinesisch. Ich esse gerne Chinesisch. Ich bin gerade durchgegangen. Ich bin gerade durchgegangen. Ich bin in einem Supermarkt, um einzukaufen. 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 Ich bin in einem Supermarkt. Ich bin in einem Supermarkt.